Noch mal noch schnell, wir sind natürlich sehr gerne mit Troopies, weil wir sind natürlich die selbst erklärte Pop-Rock-Band No. 1 von Luzern. Sieht ihr Ihnen, Dr. Feelgood? Und da sind wir bei Troopies auf der richtigen Ordnung. Grossen Dankeschön an Troopies. Du hast noch einen schönen Tag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020